Hey Leute, was geht ab? Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Heute ein ganz besonderer Tag, das haben wir noch nie gemacht. Ihr könnt live dabei sein, während meine Jungs mitten in der Sparringsphase die Fäuste fliegen lassen. Die sind nämlich mitten in der Vorbereitung. Nächste Woche steigen vier meiner Profis in den Ring. Aber bevor es losgeht, unbedingt meinen Channel abonnieren und im Anschluss das Video unbedingt teilen und kommentieren, Leute. Here we go! Boxen, 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 jawohl, 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 arbeite mit deinem Jab flüssig, jawohl, nicht festgehalten im Oberkörper, top, 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 tausend, sehen, sehen, jawohl, 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 jawohl. Warum schlägst du ihn mit? Guck mal, du schlägst dann, wenn er zu macht, weißt du? Er schlägt vier, fünf Hände, es bilden sich Lücken. Und du wartest, bis er fertig ist, ne? Und dann schlägst du dem vier, fünf Hände auf die Doppeldeckung. Warum? 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 Ganz gut, 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 ganz gut. Geh weiter, geh, schieb, schieb, weiter, schieb, schieb, weiter, schieb, schieb. Los, Lücken gesucht, nicht alles zu hart. Krick. Nicht zurückgehen, nicht zurückgehen, zur Seite ja nicht zurück. Atmen, Atmen. Time out. Oh, oh. Aha, Alter. Na gut. Alter, die Lücke suchen, ne? Nicht auf die Deckung, ne? Jawohl, und hier. Guck mal, der hat seine Rechte hier oben und du haust ihn hier auf die Rechte. Geh doch in die Mitte rein. Weißt du, weil er zieht immer so zusammen. Ja, und dann kannst du linke Haken. Zeit! Nicht auf den Deckung, nicht auf den Deckung. Du musst die Lücke suchen. Jawohl. 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 Jetzt kommt Runde Nummer 4, ne? Mit dem Körper hast du eben gut gemacht. Nicht ausholen. Und ruhig bleiben, auch wenn du mal daneben schlägst. Guck mal, mit dem rechten Haken langsam weiter, hast du dich ein bisschen drauf eingestellt, ne? Such die Lücke. Ja, und der ist körperlich ein bisschen überlegen, weil der ein bisschen schwerer ist als du. Ja. Du bist im Nahkampf ein bisschen flinker. Du triffst im Nahkampf. Und wieder Antwort. 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 Jawohl. 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 Und wieder.